Liebe Zuschauer, mein Name ist Rolf Knie und ich bin hier in einem Projekt mit dem ich mit dem Herzen dabei bin. Changemaker ist etwas, das jeder auf irgendeine Art mitmachen kann. Ich mache jetzt mit, dass ich eine Original Grafik von mir versteigere. Ich hoffe, dass viele mitmachen, sodass man den Leuten, die das Geld auch brauchen, glücklich machen kann. Liebe Zuschauer, das hier ist das besagte Bild, das ich versteigern würde. Das habe ich im Jahr 2000 gemacht mit einer Auflage von 150. Eine Original Grafik. Die ist eigentlich schon vergriffen, ausgeverkauft, aber die habe ich jetzt noch gegeben aus meinem Privatbesitz. Also ein sehr gesuchtes Motiv.